Ich möchte so ein bisschen einführen in die Thematik, indem wir uns zunächst mal angucken, wie es denn überhaupt um die ethische Bildung im Diskurs um digitale Bildung bestellt ist. Und da möchte ich gerne zwei exemplarische, besonders einflussreiche Konzepte anschauen mit euch zusammen. Das eine auf internationaler Ebene, das einflussreichste ist sicher das Digicomp der EU, also The Digital Competence Framework for Citizens. Das ist jetzt auch ein Konzept, das nicht für die Schule gedacht ist, sondern tatsächlich eben für das gesamte Leben im Grunde. Wenn man sich das anschaut, dann merkt man sehr schnell, diese Bereiche hier, diese Kompetenzbereiche, die sind alle funktional ausgerichtet. Und das wird auch an einer Stelle explizit gemacht. Da heißt es dann, finally, it is important to highlight that the Digcomp Framework is descriptive rather than prescriptive. Also mit prescriptive, normative und so, ja, da sind dann eben auch diese ethischen Perspektiven gemeint. Die haben sie bewusst ausgespart, so sagen die Autoren, sie wollten das dann den konkreten Initiativen, Bildungsinitiativen überlassen, das zu konkretisieren. Auf nationaler Ebene, das einflussreichste Papier und das zugehörige Kompetenzmodell stammt von der KMK, von der Kultusministerkonferenz. Und wenn man sich das so anschaut, dann merkt man gleich, also das ist natürlich sehr viel komplexer, aber ich nehme jetzt bloß diese übergreifenden Kompetenzbereiche, dann merkt man sehr schnell, naja, das ist schon ganz stark von Digcomp beeinflusst, da hat man sich ganz stark daran orientiert, aber es fällt auch auf, es ist ein sechster Bereich dazugekommen, nämlich analysieren und reflektieren. Und da merkt man schon, also da spielen anscheinend diese Aspekte einer kritischen Medienbildung, einer kritischen Medienkompetenz eine größere Rolle. Da kann man auch vermuten, dass das einfach von unserem deutschen Kontext her, von unserer auch Geschichte der Medienpädagogik herkommt. Und nicht nur, dass da ein sechster Bereich ist, sondern man stellt auch fest, dass dieses Analysieren, Reflektieren, so etwas wie kritisch denken können, sich auch durch die anderen Bereiche hindurch zieht. Also zunächst mal ein positiver Befund. Wenn man sich allerdings dann diesen aktualisierenden Zusatzbericht von 2022 ein bisschen genauer anschaut, da kommt dann schon auch nochmal vor, ja, also die digitalen Medien, die sollen auch Lerngegenstand werden, es soll auch um kritisch denken können gehen. Aber wenn es um die prioritären Maßnahmen geht, dann stehen deutlich solche im Vordergrund, die die positiven Potenziale der digitalen Technologien für das Lernen an der Schule nutzen wollen. Also eben gerade nicht die kritische ethische Reflexion. Also wir halten fest, der Hype, den es gibt um digitale Ethik, spiegelt sich eigentlich in der Bildungsdiskussion bisher nicht wieder. Da gibt es eigentlich nur relativ wenig dazu. Jetzt zur digitalen Souveränität im Bildungskontext als Bildungsziel. Also Alexander hat es vorhin ja schon anklingen lassen, und die meisten wissen es ja vielleicht auch. Der Begriff wurde in den Bildungskontext eingeführt von dem Aktionsrat Bildung. Der Aktionsrat Bildung ist, so heißt es auf seiner Website, ein politisch unabhängiges Expertengremium renommierter Bildungswissenschaftlerinnen und Bildungswissenschaftler, das sich seit 2005 auf Initiative der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V. konstituiert hat. So, und das ist jetzt ein Gutachten, das von dieser Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft in Auftrag gegeben wurde und 2018 dann eben als Publikation veröffentlicht wurde. Das Bemerkenswerte daran ist jetzt, wenn man sich das Modell dann hier anguckt, dass da tatsächlich die ethisch-reflexive Souveränität ein ganz beachtliches Gewicht bekommt. Es gibt nämlich eben diese beiden Bereiche, technische Souveränität auf der einen Seite und ethisch-reflexive Souveränität auf der anderen Seite. Und wenn man sich dann nochmal diese Säulen anguckt, Wissen, Kompetenz, Bildung in dem Bereich ethisch-reflexive Souveränität, dann merkt man, ja, da ist schon einiges an Substanz da. Ob es genügend ist, ob dann wirklich auch strukturelle, kritische Perspektiven mit im Blick sind, das kann man nochmal kritisch anfragen. Das hat Alexander ja auch gerade schon gemacht mit dieser Bestimmung der digitalen Souveränität, die ich hier auch nochmal habe. Also als Möglichkeit verstanden, digitale Medien selbstbestimmt und unter eigener Kontrolle zu nutzen. Das ist ja eigentlich ganz gut, aber dann kommt eben uns sich an die ständig wechselnden Anforderungen in einer digitalisierten Welt anzupassen. Also das, da habe ich jetzt auch erstmal gestutzt. Ja, und das würde ich auch tatsächlich kritisch sehen. Es kommt dann noch diese Näherbestimmung, dass beides dazugehört zum digital souveränen Handeln, nämlich einerseits eben die Medienkompetenz, also individuelle Voraussetzungen und andererseits, und da heißt es dann eben nur, die Bereitstellung entsprechender Technologien und Produkte. Das ist natürlich auch wieder sehr funktional und also da kann man schon vermuten, dass da so dieser wirtschaftliche Hintergrund mit eine Rolle spielt. Da geht es eben nicht darum, dass man auch jetzt irgendwie grundsätzlich kritisch mit solchen Medienkonzernen umgehen kann. Ich referiere noch ein bisschen den Inhalt dieser Schrift. Es werden zwei Grundhaltungen gegenübergestellt, die medienpessimistische Grundhaltung, die medieneuphorische, da werden dann immer empirische Befunde auch referiert. Also exemplarisch jetzt hier sieht man schon, dass da auch eben kritische Befunde wirklich referiert werden. Bei Medieneuphorisch auch tatsächlich diese These von den Digital Natives, die immer schon alles können und alles wissen, wenn es um Digitalität geht, auch kritisch in Frage gestellt. Und wo landet man dann? Man landet bei einer kritisch-optimistischen Grundhaltung, so wird es benannt, mit der Behauptung, dass das ja wohl auch die Mehrheit der deutschen Bevölkerung wäre, die das so sieht, die also so eine kritisch-optimistische Grundhaltung haben. Und das wird auch nochmal dann empirisch fundiert, indem man sagt, ja also nach allen empirischen Forschungen, die wir haben, ist eben zu sagen, dass der Einsatz digitaler Medien im Bildungssettings nicht per se positive Auswirkungen auf Lernen und Leistung verspricht, sondern nur dann, wenn tatsächlich die spezifischen Vorteile genutzt werden. Also es kommt im Grunde auf die Lehrkräfte an. Und es kommt im Grunde auf den konkreten Unterricht an, die Unterrichtsszenarien. Wenn man sich das allerdings anschaut, dann merkt man wieder, aha, es geht doch jetzt wieder schwerpunktmäßig darum, wie digitale Medien im Unterricht genutzt werden können und wie das möglichst gut passieren kann. Es geht also weniger darum, wieder um diese ethisch-reflexive Komponente, und es geht weniger darum, die digitalen Medien auch zum Gegenstand zu machen, nämlich die digitalen Medien, wie sie in der Lebenswelt vorkommen. Darauf aufbauend haben jetzt Jörn Brüggemann und Volker Friederking, also das sind die beiden Obergurus unserer BMBF-Verbünde, ein fachdidaktisches Modell digitaler Souveränität entwickelt, als Grundlage quasi für unsere Verbünde. Und da sind wir jetzt auch dabei, das nochmal von der Theorie her mit Ihnen zu diskutieren, aber Sie haben dazu ein Papier vorgelegt. Und da möchte ich zumindest ein paar grobe Grundstriche mal vorstellen. Also das auf der einen Seite ist jetzt nochmal das Papier des Aktionsrats. Wie ich gerade gezeigt habe, geht es da um diese Unterteilung, technische Souveränität und ethisch-reflexive Souveränität. Okay, das wird jetzt überführt in funktionale Souveränität und personelle Souveränität. Personal ist also noch ein bisschen weiter als ethisch-reflexiv, gehört so Persönlichkeitsbildung dann mit dazu. Und es wird eben bewusst auch dieser funktionalen Souveränität gegenübergestellt. Beides gehört zusammen, beides muss auch miteinander verzahnt werden, ist so die Grundsicht. Und dann kommt eben aber auch noch die Fachlichkeit dazu, denn es ist ja ein fachdidaktisches Modell. Und das ist uns natürlich auch als Fachdidaktiker, als Religionsdidaktiker durchaus ein Anliegen. Es gibt eben ja auch die sämtlichen anderen Fächer dann mit dabei. Also es ist schon ganz stark fachdidaktisch ausgerichtet. Und dann landet man eben bei dieser Beschreibung hier, also digitale Souveränität in funktionaler fachlicher Perspektive und personaler fachlicher Perspektive. So, und ich zeige zumindest mal kurz, wie das Modell dann noch aufgebaut ist. Das ist nämlich ziemlich komplex, deswegen habe ich versucht, das jetzt am Anfang so ein bisschen elementarer aufzudröseln, weil es jetzt nochmal verschränkt wird, dann mit verschiedenen Bereichen, also Nutzung digitaler Medien, fachliche Gegenstände, digitale Transformation fachlicher Gegenstände. Und dann entsteht eben so ein Sechs-Dimensionen-Modell. Also das müssen wir uns jetzt nicht im Einzelnen anschauen, aber bloß, dass ihr vielleicht so ein bisschen Eindruck davon bekommt, wo es bei uns hingeht. Und wie gesagt, wir sind da dann jetzt in der Diskussion und das wird auch noch weiterentwickelt werden. Ich möchte jetzt nämlich lieber nochmal auf den Begriff der digitalen Souveränität, auf dieses Konzept nochmal etwas analytischer draufschauen. Deswegen habe ich mal formuliert, digitale Souveränität revisited. Also worum geht es eigentlich? Zunächst mal bei dem Begriff der Souveränität. Es wurde ja vorhin auch mal so die Frage gestellt, was ist damit eigentlich gemeint? Da müsste man sich vielleicht nochmal ein bisschen genauer Gedanken dazu machen. Also Souveränität geht auf Lateinisch superanus darüber befindlich oder überlegend zurück. Ähnlich gibt es da nochmal im Französischen und hat von vornherein eigentlich diese individuellen und kollektiven Aspekte. Also sowohl im Französischen als auch jetzt in der deutschen Diskussion gibt es eben die staatliche Souveränität als Unabhängigkeit eines Staates vom Einfluss anderer Staaten und aber auch die Rede von einer individuellen Souveränität im Sinne von Souverän sein und Überlegenheit, Sicherheit in einem bestimmten Handeln. Wenn es jetzt um digitale Souveränität geht, dann kommt ein weiterer Bereich hinzu. Also die beiden anderen Bereiche sind auch in dem Begriff der digitalen Souveränität mit enthalten. Und es wurde ja vorhin schon mal angesprochen, dass bisher eigentlich dieser Begriff der digitalen Souveränität hauptsächlich in der politischen Diskussion vorherrschend war, aber eben auch durchaus in der wirtschaftlichen Diskussion beziehungsweise da geht es eben dann ganz stark auch darum, inwieweit dann Staaten von bestimmten Wirtschaftskonzernen abhängen und dass die eben inwieweit ihre staatliche Souveränität überhaupt jetzt gegenüber so großen Internetkonzernen bewahren können, aber auch inwieweit bestimmte Internetkonzerne oder Wirtschaftsbereiche zum Beispiel in Europa sich behaupten können gegenüber der Übermacht der USA oder von China. Aber auch hier ist eben der individuelle Aspekt und der Aspekt des Subjekts dann ein ganz wichtiger und der, denke ich, ist für uns jetzt für die pädagogische Sichtweise natürlich der zentrale. Und von daher möchte ich den jetzt noch mal ein bisschen genauer anschauen und da komme ich eben noch mal auf einiges zurück, was Alexander vorhin auch schon in seinem Vortrag hatte. Ich denke, uns allen ist relativ klar, dass im Laufe der letzten 20, 30 Jahre oder auch schon länger aus der Philosophie, aus den Sozialwissenschaften, aus der Theologie in Fragestellungen der möglichen Souveränität des Subjekts immer wieder vorgetragen wurden. Und ich möchte jetzt da eigentlich nicht in die Tiefen jetzt irgendwelcher poststrukturalistischen oder postmodernen Philosophien eindringen, sondern ich versuche es mal ein bisschen elementar zu machen und mache das mal mit den drei großen Kränkungen von Sigmund Freud, die vielleicht auch bekannt sind, also wo das menschliche Subjekt ja im Grunde in seiner Subjekthaftigkeit und seiner auch subjektiven Macht quasi infrage gestellt wurde. Die kosmologische Kränkung, also Kopernikus, der Mensch steht nicht im Mittelpunkt des Weltalls, die biologische evolutionäre Kränkung, der Mensch hat sich eben aus gemeinsamen Vorfahren mit den Tieren entwickelt und die psychologische Kränkung, wo Sigmund Freud gesagt hat, das Ich ist nicht Herr im eigenen Haus, also das kennen wir, das Unbewusste steuert uns mit. Peter L. Berger, der bekannte Soziologe, hat dann dem eine soziologische Kränkung hinzugefügt. Also wir sind eben so eingewoben in sozialkonstruktivistischen, die soziale Konstruktion der Wirklichkeit unserer Umgebung und unserer Kultur, dass wir ganz stark davon beeinflusst sind und eigentlich alles andere als so für uns selbstbestimmt handelnde Subjekte sind. Und interessanterweise hat dann der Philosoph Johannes Robeck, ich glaube, das war schon in den 70er Jahren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, von der technologischen Kränkung des Menschen gesprochen, eben die Menschheit wird von selbst geschaffenen Machwerken beherrscht. Also massive Infragestellung der Souveränität des Subjekts. Und das kann man jetzt natürlich auch nochmal aus theologischer Perspektive machen, wie das Alexander vorhin auch schon angedeutet hat. Ich mache es wieder so ein bisschen elementar, indem ich mal an Römer 7,19 erinnere. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Also der Mensch als sündiges Wesen. Aber speziell dieses Zitat lässt sich eigentlich ganz gut auch in Beziehung setzen zu diesen Studien, wo viele Jugendliche auch, die befragt werden, sagen, naja, ich mache tatsächlich nicht das, was ich will, sondern ich bin länger im Internet, als ich möchte. Ich bin länger an meinem Smartphone, ich bin länger auf TikTok und ich würde eigentlich ganz gern das besser in den Griff bekommen. Also das zeigt auch diese relativ neue Studie jetzt, die im Januar diesen Jahres veröffentlicht worden ist. Ja, und dann ist es tatsächlich so, dass ich eben auch mich jetzt auf Henning Luther beziehe. Deswegen also die Überlappung und ich finde es schön, dass Alexander noch da ist, aber dass du, Alexander Freund, dich da auch darauf bezogen hast. Und da möchte ich noch ein bisschen genauer darauf einsteigen. Also Henning Luther hat ja ganz viel eben von der Fragmentarität, von der Fehlbarkeit, der Fragilität, also der Verletzbarkeit, auch Verletzlichkeit, der Vulnerabilität als Kennzeichen des Menschseins gesprochen. Und da auch betont, gerade unter praktisch-theologischer Perspektive, dass weder der Glaube noch die Bildung dem Menschen zum Ganzsein verhelfen können, sondern, Thomas Zeilinger hat es vorhin auch schon angesprochen, dass diese Momente des Nicht-Ganzseins, des Unvollständigbleibens, des Abgebrochenen, kurz Momente des Fragments bestehen, aber eben auch akzeptiert werden sollten. Dass das also eigentlich das Typische ist, diese Akzeptanz auch der eigenen Fragmentarität, Gebrochenheit und so weiter. Also der Mensch eben aus christlicher Perspektive als ein gebrochenes und ergänzungsbedürftiges, aber dennoch verantwortungsfähiges Geschöpf. Naja, und wenn man so in die Diskussion reinschaut, das haben wir ja auch vorhin schon ein bisschen kritisch so angesprochen, dann ist das eigentlich schon ein Aspekt, der eigentlich kaum vorkommt oder der relativ wenig vorkommt, jedenfalls im Diskurs um digitale Bildung. Und von daher habe ich mich jetzt mal gefragt, was würde das bedeuten für unsere Vorstellung von digitaler Souveränität im Bildungskontext. Also vielleicht zunächst mal, dass an der Subjekthaftigkeit des Menschen und damit auch seiner Souveränitätsfähigkeit natürlich festzuhalten ist. Auch das ist aus der theologischen Tradition heraus natürlich zu betonen, sonst gäbe es keine ethische Verantwortungsfähigkeit. Also die Subjekthaftigkeit ist als zumindest regulative Idee festzuhalten. Aber es ist eben eine regulative Idee. Also wegen der Gebrochenheit des Menschen ist Souveränität und auch eben digitale Souveränität nicht als operationalisierbares Bildungsziel, das irgendwann erreicht werden kann, wurde vorhin ja auch schon kritisch angesprochen, verfügbar, sondern allenfalls als eine regulative Idee, wie übrigens natürlich auch Bildung im emphatischen Sinn als eine regulative Idee aufzufassen ist. Also niemand wird vollkommen gebildet sein. Und deswegen wird auch niemand vollkommen souverän sein. Und wegen der Gebrochenheit des Menschen ist digitale Souveränität, auch das wurde vorhin schon angesprochen, einzubetten in normativ-ethische Orientierung. Ich glaube, Tino, du hast gleich am Anfang irgendwann mal eingebracht, dass auch ganz böse Menschen ganz digital souverän sein können. Ich habe hier mal als Beispiel die Salafisten und die Rechtsradikalen notiert. Wenn man auf TikTok unterwegs ist, dann merkt man das relativ schnell, dass es da ganz digital souveräne Salafisten zum Beispiel auch gibt. Aber wir uns natürlich allen klar sind, dass wir die jetzt nicht unbedingt als Vorbilder für unsere Schülerinnen und Schüler nehmen wollen. Also die normativ-ethische Einbettung in normativ-ethische Orientierung, ohne die kommen wir nicht aus. Das ist meine auch ganz persönliche Überzeugung. Wegen der Gebrochenheit und Ergänzungsbedürftigkeit des Menschen darf digitale Souveränität aber eben auch nicht individualistisch verengt werden, vereinseitigt werden. Und ich habe jetzt mal versucht, einen Ergänzungsbegriff zu finden, sondern muss digitale Solidarität mit beinhalten. Digitale Solidarität. Und dann ist mir eben noch ein weiterer Punkt wichtig, der eben, ich sage, es überlappt sich einiges, der vorhin auch schon angesprochen wurde. Ich mache das mal fest an diesem Screenshot aus einem Vortrag von Peter Ganten. Peter Ganten ist der CEO von der Univention GmbH und der da auch einen Vortrag gehalten hat über digitale Souveränität, also eher so aus einer wirtschaftlichen Perspektive, aber der damit eigentlich eingestiegen ist, zu sagen, wir brauchen auch eine digitale Zeitenwende und inwieweit wir unsere Demokratie retten können, hängt ganz eng damit zusammen, inwieweit es uns gelingt, diese digitale Zeitenwende einzuleuten. Und zu dieser digitalen Zeitenwende gehört eben auch mit dazu, dass wir zum Beispiel in Europa eigene Internetkonzerne, eigene Suchmaschinen mal auf die Reihe kriegen und nicht nur immer von den Amerikanern und von den Chinesen abhängen. Also und er dröselt das eigentlich nochmal sehr schön auf, dass die Möglichkeit, dass wir unsere demokratischen Werte leben, eben auch davon abhängt, dass in der Politik, in der digitalen Politik und in der digitalen Wirtschaft dann eben auch solche demokratischen Prozesse ermöglicht werden. Und das bringt mich dann eben nochmal dazu, zu sagen, ja, da muss dann eben auch eine politische Dimension notwendigerweise zur digitalen Bildung insgesamt und natürlich eben auch zu dem, was mit digitaler Souveränität gemeint sein kann, dazukommen. Damit komme ich zum vierten Punkt jetzt wirklich digitalitätsethische Souveränität als Bildungsziel. Und wir, mit diesem Postulat steige ich jetzt einfach mal ein, also wir haben uns in dem Projekt, denke ich, kann ich sagen, vorgenommen, dass wir diese digitalitätsethische Souveränität sowohl als notwendige, als auch als grundlegende Dimension von digitaler Souveränität verstehen. Was soll das heißen als grundlegende Dimension? Das versuche ich jetzt mal deutlich zu machen an ein paar Auszügen aus diesem Orientierungsrahmen, an dem ich mitgeschrieben habe. Da war es uns eben wichtig, dass wir tatsächlich am Anfang nochmal eine bildungstheoretische Grundlegung auch versucht haben. Und in dieser bildungstheoretischen Grundlegung sind wir dann eben ausgegangen von den Ambivalenzen der Digitalität. Da haben wir gesagt, also die machen diese bildungstheoretischen Einordnungen notwendig, die sich zum einen auf die Tatsache der Medialität von Religion selbst beziehen, zum anderen aber eben auch die Orientierungspotenziale theologischer Ethik ins Gespräch bringen. Nach evangelischem Verständnis, da kann man auch einsetzen nach christlichem Verständnis, ebenso wie nach menschenrechtlichem Grundkonsens, geht jegliches Bildungshandeln von dieser unbedingten Würde, Freiheit und Fähigkeit des Menschen aus, sich in den je eigenen Lebensherausforderungen und Praktiken auf selbstständige, mündige und solidarisch verantwortungsfähige Weise orientieren zu können. Also man kann es so zusammenfassen, Bildung steht ihrem Anspruch und ihrer Sache nach im Horizont der Suche nach dem guten Leben. Und deswegen ist sie eben von vornherein auch auf ethische Grundlegung bezogen. Also Bildung ist ohne normative Orientierungen eigentlich nicht zu haben. Auch da bin ich ganz froh, dass Alexander das vorhin ganz offen angesprochen hat und dass es vielleicht ja auch eine Aufgabe sein kann, auch für uns. Also das beziehe ich jetzt vor allem auch auf unsere Kolleginnen und Kollegen in den Erziehungswissenschaften oder anderen Fachdidaktiken, wo man manchmal so den Eindruck hat, da scheut man sich vor dieser Normativität zurück. Und da hat man immer wieder den Anspruch, man möchte neutral und objektiv sein. Also da vielleicht auch aufklärend zu wirken und auch wirklich Mut zu machen zum expliziten Sich-Rechnung geben über die eigenen normativen Orientierungen. Also warum ist Bildung immer auch normativ? Warum hat Bildung mit Ethik zu tun? Weil es in der Bildung um das gute Leben geht und in digitaler Bildung und bei digitaler Souveränität, da geht es um das gute Leben im Digitalen. Oder ich habe es mal versucht, so etwas auf den Punkt zu bringen. Es geht um Human Flourishing. Also das ist ein Begriff, der in der englischsprachigen Diskussion immer wieder verwendet wird, um dieses gute Leben auszudrücken. Es geht um Human Flourishing und nicht um florierende Internetkonzerne. Also da kann man tatsächlich eine gewisse Spannung aufbauen, auch wenn klar ist, dass damit wir überhaupt im Digitalen gut leben können, wir natürlich auch Internetkonzerne brauchen, die irgendwie erfolgreich sind. Also man darf das auch nicht einseitig dann verkürzen. So, ich versuche nochmal so eine Zusammenfassung hier vorzustellen, was dann die Aufgaben von evangelischer Bildung sein können, nach diesem Orientierungsrahmen, Analyse und Reflexion, dann die Befähigung zu einer theologisch-ethisch- und pädagogisch verantworteten Nutzung, kreative Mitgestaltung, mündige und kreative Mitgestaltung und die Ermöglichung auch von Orientierung in dieser komplexen Wirklichkeit, Umgang mit Widersprüchlichkeiten, sowie mit Fragen nach Sinnhaftigkeit und Sinn. Wir haben dann eben dafür plädiert, der Religionsunterricht kann sich ja in unterschiedlicher Weise auch zur digitalen Bildung beitragen. Natürlich wird man auch digitale Methoden im Religionsunterricht verwenden, aber wir haben dafür plädiert in diesem Orientierungsrahmen, dass ein wesentlicher und spezifischer Beitrag des Religionsunterrichts eben in diesem ethischen Bereich liegen kann, in diesem Bereich der kritisch-reflexiven und ethischen Kompetenzen und haben versucht, da eben eine Brücke zu schlagen zu dem KMK-Papier, das ich vorhin ja kurz erwähnt hatte. Und das seht ihr jetzt hier nochmal etwas ausführlicher. Ich habe nämlich versucht, jetzt mal in jedem dieser übergreifenden Kompetenzbereiche die Facetten nochmal zu finden, die im weitesten Sinn mit ethischen, reflexiven Kompetenzen zu tun haben und in der letzten Spalte dann auch exemplarische Bezüge zum Religionsunterricht aufzuzeigen. Und da sieht man schon, da ist einiges möglich. Und am Schluss haben wir dann eben auch diesen übergreifenden Bereich, der sich ganz mit dem Analysieren und Reflektieren beschäftigt. Also da gibt es gewisses Potenzial, aber es gibt auch sicher da nochmal Luft nach oben, was so die strukturellen Aspekte von einer kritisch-ethischen Perspektive angeht und den Stellenwert. Ich möchte schließen mit einem kurzen Blick noch auf ein internationales Konzept, das mir persönlich sehr sympathisch ist und mit dem ich sehr viel anfangen kann und mit dem ich auch gerne vertieft weiterarbeiten würde. Das ist nämlich die Digital Citizenship Education des Council of Europe. Der Council of Europe ist nicht zu verwechseln mit der EU. Den gibt es schon länger und ziemlich lang und besteht aus 47 europäischen Staaten, also mehr als die EU. Und Council of Europe hat schon immer besonders die Menschenrechte betont, auch in seinen Bildungspapieren. Und das stellen wir jetzt hier auch wieder fest in diesem Konzept der Digital Citizenship Education. Also Digital Citizenship kann man ja übersetzen so mit Demokratiebildung, Citizenship Education wäre auf Deutsch vielleicht am ehesten mit Demokratiebildung wiederzugeben. Und was bedeutet das Ganze jetzt im Digitalen? Und das sieht man eben schon auf der linken Seite, da sind bereits Values, Werte, Attitudes, Haltungen mit dabei. Critical Understanding, also geht schon deutlich über Skills und Knowledge hinaus. Und dann gibt es eben hier zwei Säulen, die da besonders relevant sind. Wellbeing Online, wo es bereits um Ethics und Empathy, Health und Wellbeing und so weiter geht. Und dann ein eigener Bereich, Rights Online. Und da spielt eben auch Active Participation, Rights and Responsibilities, Privacy and Security, Consumer Awareness eine Rolle. Also da finde ich doch einiges von dem verwirklicht, umgesetzt, was ich mir jetzt bei den anderen Papieren so immer gewünscht hätte. Das Schöne ist, dass es da auch bereits ein Handbook dazu gibt und jetzt neuerdings auch einen Online-Course. Den habe ich mir noch nicht angeschaut, aber das werde ich sicher demnächst mal machen. Vielleicht lässt sich da auch einiges Interessantes für uns finden, für unser Projekt finden. Außerdem, damit schließe ich, habe ich festgestellt, dass der Begriff der digitalen Souveränität jetzt mittlerweile tatsächlich immer mehr Aufmerksamkeit gewinnt. Und auch im Hochschulbereich, also jetzt hier geht es zwar mehr um die IT-Lösungen an den Hochschulen, aber ich habe mir gedacht, das ist doch ein schönes Schlussbild. Die AG Digitale Souveränität, ein Think Tank zur Stärkung der digitalen Souveränität an deutschen Hochschulen. Und ich würde mir wünschen, dass wir so ein bisschen wenigstens ein Think Tank sind zur Stärkung der digitalitätsethischen Souveränität in Bildungskontexten. Vielen Dank.